Wenn du so emotionale Szenen spielst, das ist so, die schüttelst du nicht so schnell ab wie eine witzige Szene, von denen es ja auch sehr viele gibt im Film. Aber wir hatten trotzdem auch, obwohl auch viel geweint wurde hinter der Kamera, hatten wir aber auch sehr viele Momente, wo wir sehr viel gelacht haben. Das war ein schöner Dreh.